Harry sagt guten Morgen. Heute am 14. Januar 2019 ist es 9 Uhr, wir haben 20 Grad, leichten Wind, Wellen und keine Wolken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder für heute und sagen wie gewohnt bis morgen, hasta mañana.